Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. Herr, ich preise deinen Namen. Danke für diesen Moment. Danke für dein Wort. Und danke, dass du uns durch deine Worte so immer und immer wieder verendest. Danke, Herr, für alles, was du tust. Amen. So, willkommen zu dieser Sendung nochmal. Und hier in dieser Sendung wollen wir nur die Wahrheit aus der Bibel. Und wer die Wahrheit erfährt und die Wahrheit annimmt, wird befreit werden. Halleluja. Also, ich weiß nicht, welches Thema wir heute überhaupt haben werden, aber ich lasse mich also leiten. Im Namen Joshua Maschia. Aber kurz ein paar Informationen. Wir waren also in Hamburg, hatten wir also ein Erwirkungstreffen dort am 25. März. Es war so eine schöne Zeit. Ich danke dem Herrn für sein Gegenwart. Und wir wurden also alle ermutigt, weiter mit dem Herrn zu gehen. Und in diesen Zeiten, in diesen schlimmen Zeiten, es ist wichtig, also es tut gut, dass die Geschwister sich treffen und sich gegenseitig aufbauen. Halleluja. So, am 15. April, 15. April treffen wir uns wieder, wir haben wieder so ein Erwirkungstreffen in Stuttgart. Also, die ganzen Informationen sind also auf der Internetseite von Zurück zum Wort. Also, www.zurück-zum-wort.org. Also, dort findet man also alle Informationen. Halleluja. Ein wichtiges Thema, wir haben die, also die BIM, die Bibel Joshua Maschias, wurde, also Neue Bund, also steht, wurde schon übersetzt, also die Übersetzung von Französisch zum Deutsch. Also, diese Bibel ist schon fast, also ist schon fertig, also die Übersetzung ist fertig, gerade laufen noch ein paar Korrekturen und so, aber es ist, also die Übersetzung an sich ist schon fertig. Halleluja und wir preisen Joshua Maschia dafür. Und deswegen werde ich also heute, ähm, die, diese BIM, äh, verwenden, äh, für, für unsere, äh, für das Wort, also heute. Halleluja. So, ähm, Ziel dafür ist also, dass wir das also irgendwann mal bedrücken, ähm, die, für die Leute, die gerne spenden wollen, alles auf unserer, äh, Seite, äh, Internetseite, zurück zum Wort. Äh, Punkt.org. Halleluja. Und, ähm, die Internetseite, also, wir werden mit Joshua Gnade das auch, das Ganze auf, im Internet lesen, eine, eine App, äh, ist gerade auch in Bearbeitung. Halleluja. Amen. Also, ähm, ich fange einfach mit, ähm, also hier ist also die BIM, hm. Nehmen wir die BIM in Galater Kapitel, Galater Kapitel 5, ähm, Galater Kapitel 5, 5 oder, ne, äh, 6, 6. Sagen wir, sagen wir Galater Kapitel 6. Halleluja. Ja, ich mach's ein bisschen größer. Kapitel 6, Vers 7. Irrt euch nicht. Elohim lässt sich nicht verspotten. Denn, was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nämlich für sein eigenes Fleisch sät, wird vom Fleischverderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Alleluja. So. Herr, danke, ich preise deinen Namen. Bitte führe mich, leite mich her. Im Namen Joshua Maschia. Amen. So, liebe Geschwister, wir sind in einer Zeit, wo, ähm, die Bibel sagt ganz klar, wo das Böse einfach als Gut genannt wird und das Gute als Böse gesehen wird. Wir, die Christen, wir können nicht mehr leben, wie, ähm, also wir müssen nach dem Wort des Herrn leben. Der Herr hat uns also alle erschaffen. Der Herr hat uns erschaffen, damit wir für ihn leben. Alleluja. Und für ihn zu leben bedeutet, also als Lohn, dass wir, ähm, ewiges Leben bekommen werden. Dass wir in seiner Gegenwart für, äh, in der Ewigkeit leben werden. Alleluja. Aber, die Bibel sagt also, wenn du, also, ähm, der Herr hat dich erschaffen. Der Herr kennt dich. Der Herr, also, der Herr sagte zum Beispiel zu, ähm, Jeremia. In Kapitel 1. Jeremia, bevor du in dein, in dein, in deinem, in deinem Mutter, also im Mutterleib warst, habe ich dich gekannt. Bevor du auf diese Welt gekommen bist, habe ich dich gekannt. Und ich habe dich als Prophet berufen. Also, wir alle, liebe Geschwister, wir wurden also von dem Herrn erschaffen. Er gibt uns also Leben. Er gibt uns also dieses Atem. Er gibt uns, ähm, wie sagt man das also, äh, so viele Tage auf diese, in, in diese Welt. Aber, das Leben, das er uns gibt, dieses Leben, ist für ihn, ist damit wir für ihn leben. Und deswegen sagt also die Bibel hier, die Bibel sagt hier, id euch nicht, Elohim lässt sich nicht verspotten. Also, das ist hier, Halleluja, id euch nicht, Elohim lässt sich nicht verspotten. Man kann nicht Elohim, ähm, man kann nicht Elohim verspotten, auslachen. Oder, äh, wie sagt man das also, äh, in die Irre führen. Oder, äh, ne, am Ende, am Ende werden wir alle da vor dem Herrn stehen. Und da werden uns also sagen, was hast du mit dem Leben getan, was ich dir gegeben habe. Ich hab' dir so viel Zeit auf diese Erde gegeben. Was hast du damit getan? Halleluja. Id euch nicht, irgendwann, irgendwann werden wir alle da vor dem Herrn stehen. Und er wird nach dieser Früchte verlangen. Id euch nicht, wir dürfen uns nicht ehren. Wir dürfen uns nicht also täuschen, dass der Herr das nicht vergessen wird. Er hat dich, er hat mich, er hat uns alle erschaffen. Für etwas. Aber zuerst. Für ihn. Damit wir für ihn leben. Dann können wir nicht mehr leben wie, wie alle. Also, vor allem für die Menschen. Die dem Herrn spüren. Die wissen, was Joshua Maschia sie zieht. Er sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Und noch schlimmer für die Leute, die einfach gesagt haben, Herr, ich will dir folgen. Ich will für dich leben. Aber danach leben sie nicht, wie der Herr es verlangt. Ich weiß, es ist schwer. Wir sind alle überhaupt nicht perfekt. Wir haben alle unsere Schwäche. Aber er sagt ganz klar, komm zu mir. Komm zu mir. Hier. Irrt euch nicht. Boah, das wird zu groß, ey. Irrt euch nicht. Elohim lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Was, 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 was machst du? Was ein Mensch sät, also was, was er überhaupt, also, ähm, für sein Leben tut, investiert, das wird er ernten. Wo sind deine Investitionen? Sind sie für, für, für den Herrn? Mit ihm zu leben? Oder woanders? Oh, Joshua Maschia. Herr, bitte vergib uns. Wir haben so viel zu tun. Wir haben so viele Aktivitäten. So viel und vergessen, das Wichtigste, in deinem Gegenwart zu sein. Für dich zu leben. Für dich zu leben. Der Herr sagt, in, äh, in Lukas, geh mal, also in Lukas Kapitel, Lukas Kapitel, Kapitel 6, Das sagt er. Ich geh mal schnell. Halleluja. In Lukas Kapitel 6, ja, da. Lukas Kapitel 6, glaube am Ende. Von Lukas Kapitel 6. Er sagt, in Vers 46, Was nennt ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Wir sagen, Herr, 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 aber wir tun nicht, was er sagt. Wie können wir also Joshua Maschia als Herr bekennen? Du, meine Schwester, du, mein Bruder, du wurdest schon also von Joshua Maschia berührt. Er sagt die ganze Zeit, komm zu mir, lebt für mich, aber du lebst die ganze Zeit für dich. Du folgst also anderen Menschen. Du folgst also die Leute, die, die nach der, ähm, nach dieser Welt, also leben. Du, 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 du folgst also so viele Menschen, statt dem Herrn zu folgen. Die Bibel sagt also in Epheser Kapitel, Kapitel 5, oh, Halleluja. Danke, danke, Joshua Maschia, für dein Wort, Halleluja. Halleluja. In Epheser Kapitel, Kapitel 4, Kapitel 4, äh, ähm, ist das 4 oder 5? Warte mal, ich muss das suchen, ja, wir sind jetzt, also, ah, Epheser Kapitel 4, ich war gerade in Kapitel, das ist Philippa, Entschuldigung, Halleluja, ich muss also in den PDF navigieren, immer noch Philippa, äh, Epheser Kapitel 4, Vers, Vers, ich suche das also mit, äh, mit euch, alle zusammen, Halleluja. Gehen wir mal in Epheser Kapitel 4, ab Vers, ich glaube, ab Vers 17. Amen. Epheser Kapitel 4, ab Vers 17. Dies also sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr ab jetzt, ab jetzt, nicht mehr so lebt, wie die restlichen Nationen leben, in der Perversität ihres Denkens. Wir können, Bruder, du hast vom Herrn gehört, hm? Du hast was also vom Herrn bekommen. Joshua Mashiach ist dein Herr. Du weißt, dass er die Wahrheit sagt. Du weißt ganz genau, dass Joshua der Herr ist. Und er sagt hier, Dies also sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr ab jetzt, nicht mehr so lebt, wie die restlichen Nationen leben, in der Perversität ihres Denkens. Du kannst nicht mehr die gleichen Filme anschauen, du kannst nicht mehr die gleichen Sachen tun, wie du früher gelebt hattest oder wie deine Freunde, die nicht nach dem Wort des Herrn leben, folgen. Du kannst es nicht mehr, Bruder. Pass auf, mit wem du überhaupt gehst. Deine Umgänge, wer sind sie? Pass auf. Die Perversität ihres Denkens. Schau mal, wie die Leute heutzutage denken. Kämpfen, also in Amerika, habe ich also vor ein paar Tagen was in den Nachrichten gesehen. Ich weiß nicht, in welcher Stadt das ist, aber dort haben sie gekämpft, damit die Kinder, die Kinder, also die Kinder, die sich also als Transgender, also 13, 14-Jährige, die sich also als Transgender, sie dürfen nicht mehr, wie sagt man das, also ihre, ihre sexuell, also ihre sexuellen Organen einfach, oder die Hormonen nehmen, damit sie, also wenn ein Junge, als Junge geboren ist, also wird jetzt also eine Frau, dann nimmt er, nimmt er irgendwelche Hormonen, um jetzt also ein Mädchen zu werden. Und ja, das haben sie verboten. Die sagen, nein, es ist jetzt verboten. Und ich fand, ich fand das, ich sagte, ja, das ist super, das ist gut. Und was war der Grund? Die sagten, ja, das sind Kinder. Mit 13, 14, die sich also als Transgender sehen, das ist nur zu früh, dass man sie irgendwie, äh, ja, irgendwelche, äh, äh, Organe ändern, oder, oder Hormone, dass sie Hormone nehmen. Aber, so viele Menschen sind auf die Straße gegangen, haben dagegen, protestiert. Nein, nein, lasst die Kinder ihre Freiheit haben, die dürfen Transgender werden, mit, äh, mit 13, 14. Aber dieses Gesetz sagt, sagt er einfach, ab 18, wenn man Erwachsen ist, dann kann man sich also entscheiden. Das zu machen, Hormone und sowas, also, oder, äh, 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 die, die, Transplantation, oder keine Ahnung. Aber, die Leute sind auf die Straße gegangen, und viele haben so geweint, boah, das ist schlecht für die Kinder. Aber, diese Leute, die dafür sind, sind die Ersten, äh, die, die, also, ich, ich, ich verstehe einfach diese Welt überhaupt nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Könnt ihr mal sehen, wie ihre Denkens pervers, die, wie, wie pervers es geworden ist. Das ist doch verrückt. Kinder, ein Kind, ich erinnere mich, früher hatten wir, also, wir hatten also eine Familie, eine Familie gekannt, ähm, ihre Tochter, die Tochter wollte nur, Sachen von, von, von Jungs tragen. und, sie wollte, sogar bis zur Unterhose, sie wollte nur, die Dinge, nur Sachen, also von Jungs, nur Jungs, 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 sie war, sie war vier oder sowas, vier oder, äh, ja genau, vier. Und, wir, wir haben das gesehen, ich und meine Frau haben das gesehen, sagte, ja, warte, Herr, was ist das denn? Wir hatten einfach dafür gebetet. Wir haben uns die Zeit genommen, ohne die Mutter, das zu sagen, ohne die Eltern mal zu sagen, wir haben, wir haben die Zeit genommen, für dieses Mädchen gebetet. Gebetet für sie. Und wir wussten, wo, also, welcher Geist überhaupt schon da war, haben wir für die Kleine gebetet. und dann blödlich kam die Mutter. Sie will die Sachen also von Jungs nicht mehr, einfach, sie will jetzt ein Mädchen werden und, 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 und der Geist wurde einfach vertrieben. Halleluja. Aber, wir, Christen, wir dürfen einfach nicht solche Sachen akzeptieren. Wir dürfen nicht. Wenn wir unsere Kinder sehen, wir werden, wir sehen also die Kinder heute, wie, wie sie, äh, böse werden, wir müssen beten. Wir können einfach nicht sagen, ja, das ist normal, das ist, so ist das Leben, so ist das, äh, also, die Bibel sagt hier, dass ihr ab jetzt nicht mehr so lebt, wie die restlichen Nationen leben, in der Perversität ihrer Denkens, ver, ver, verfinstert, am Verstand, das ist ihr Verstand, ist so ver, ver, verfinstert, verdunkelt. Sind sie dem Leben Elohims fremd geworden, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Abstufung ihres Herzens. Also, du kennst die Wahrheit, und du kennst, du weißt ganz genau, wer Joshua Maschia ist, du kennst die Wahrheit, und dann bist du derjenige, der dir andere folgt. Wenn die Bibel sagt also, dass wir das Licht der Welt ist, es ist damit wir Licht in diese perverse und verfinstertste Welt, also bringen. Wir bringen die Wahrheit. Wir sagen die Leute, das ist nicht mehr normal. Ja, ihr habt also die Freiheit, zu tun, was ihr wollt, aber, Moment, wartet, bis ihr 18 sind, also dann könnt ihr tun, was ihr wollt, was ihr wollt, aber wir werden immer die Wahrheit sagen. Halleluja! Heute in der Gemeinde, in vieler Gemeinde, nein, die Leute haben Angst, also die Wahrheit zu sagen. Angst, dass das die Sünde ist, dass die Sünde ist, dass die Sünde ist. Wisst ihr überhaupt, also was die Sünde bedeutet? Die Sünde ist also gegen das Wort des, es ist gegen das Wort des Herrn. Halleluja! Die Sünde, die Sünde bedeutet auch, sein Ziel verfehlen. Wow! Ziel verfehlen. Weil die Leute, der Herr hat uns erschaffen, damit wir für ihn leben. Halleluja! Du bist auf diese Welt gekommen, damit du für ihn lebst. Und jetzt lebst du für was anderes. Dann hast du dein Ziel verfehlt. Dann, wenn du für was anderes lebst, du lebst nicht für den Herrn, bist du in der Sünde. Ja! Die Sünde ist durch Adam und Eva auf diese Erde gekommen. Und wir haben die Sünde alle geerbt. Halleluja! Wir alle, wir sind infiziert. Wir haben diese Krankheit in uns. Die Sünde, die Sünde zu tun, ist wie normal für viele Menschen, für uns alle auf dieser Welt. Es ist normal. Aber Joshua hat uns, also Yahweh hat uns erschaffen, für ihn zu leben. Nicht damit wir in der Sünde leben. Deswegen ist Joshua gekommen und er befreit uns von der Sünde. Joshua ist der Retter. Er befreit uns also von der Sünde. Halleluja! Halleluja! Und deswegen können wir nicht mehr so nach der Sünde wandern, nach der Dinge von dieser Welt wandern. Wir können nicht mehr. Halleluja! Dieser Begriff Sünde auf Griechisch, das bedeutet Armatano. Armatano bedeutet einfach, also wie sagt man das, also eine, etwas Falsches. Was falsch ist, das Falsche tun. Die Irre, in die Irre gehen. Halleluja! Halleluja! Also wenn du dein Ziel verfehlst, dein Ziel, das Ziel ist also mit dem Herrn zu leben und wenn du nicht mit dem Herrn lebst, dann lebst du in der Sünde. Wenn du nicht tust, also was der Herr sagt, dann lebst du in der Sünde. Warum werden viele Leute überhaupt nicht das ewige Leben bekommen? Weil viele von uns leben für sich, nicht für den Herrn. Und deswegen sagt also das Wort, ehrt euch nicht. Ehrt euch nicht. was ein Mensch sät, das wird er ernten. Halleluja! Halleluja! Wir können das also lesen. Nochmal. Galater Kapitel 6 Vers 7 Ehrt euch nicht. Elohim lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nämlich für sein eigenes Fleisch sät, wird von Fleischverderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Halleluja! Halleluja! Wofür? Sätst du überhaupt? Wofür? Was? Wie weit? Was investierst du gerade? In welche Richtung investierst du überhaupt? Was tust du für dein Leben? Ist dein Leben so wichtig? Wenn dein Leben so wichtig ist, dann komm zum Herrn. Lebe für den Herrn. und so wirst du ewiges Leben ernten. Und es geht für uns alle. Wir haben das noch nicht geschafft. Wir sind noch nicht, wir sind immer noch auf dieser Welt. Wir haben noch so ein Ziel. Das ist also was die Bibel uns in Philippa Kapitel 3 Oh Halleluja! Danke Herr für dein Wort. In Philippa Kapitel 3 wir haben so ein Ziel. Das Ziel ist also mit dem Herrn weiterzugehen. Halleluja! Oh Philippa Kapitel 3 Vers 7 Aber alles für mich Gewinn war, habe ich wegen des Maschias für Verlust erachtet. Nein, wirklich, ich halte auch alles für Verlust wegen der Außerordentlichkeit der Erkenntnis des Maschias Joshua meines Herrn, dem zuliebe ich alles eingebüßt habe und es für Mist halte, damit ich den Maschia gewinnen und ihn befunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus der Tora ist, sondern die durch den Glauben an den Maschia ist, die Gerechtigkeit aus Elohim durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleich, Halleluja, gleich gestaltet werde. Oh. Und also in Vers 12, oder lesen wir weiter bis Vers 12, ob ich auf irgendeine Weise zur Auferstehung aus dem Toten gelange. Liebe Geschwister, Vers 7, sagt, alles, was für mich Gewinn war, habe ich wegen des Maschias für Verlust erachtet. Halleluja, es ist Verlust, weil er will Joshua Maschia gewinnen und der Rest, alles, was ich da so links oder rechts schaue, es ist ein Verlust. Ich will für Joshua leben. Und Vers 12 sagte, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vervollkommen sei, doch ich jage, wow, Halleluja, ich jage ihm nach, um es auch zu ergreifen, wobei ich auch von Maschia Joshua ergriffen wurde. Vers 13 Brüder, ich zähle nicht darauf, es selbst ergriffen zu haben, aber eins ist tatsächlich, vergessen was hinten und mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich nach dem Ziel zum Kampfpreis der himmlischen Berufung Elohim in Maschia Joshua Halleluja das Ziel ist da vorne ich habe so ein Ziel ich schaue auf Joshua das ist mein Ziel für ihn zu leben ich weiß ich habe das noch nicht geschafft ich noch nicht begriffen noch nicht ergriffen aber ich eins vergesse eins tue ich ich vergesse was hinter mir ist und schaue auf Joshua Maschia liebe Geschwister die Zeit ist gekommen dass wir für ihn leben für Joshua leben Halleluja Halleluja nur auf Joshua schauen unser Ziel ist Joshua Joshua ist derjenige der unser Glaube vervollständigt er gibt uns das Leben ewiges Leben hoch Halleluja danke Herr in Hebräer Kapitel oh Herr Hebräer Kapitel 12 Herr danke für dein Wort danke für dein Wort Joshua Maschia Halleluja Halleluja Hebräer Kapitel 12 Vers 1 kennen wir Hebräer Kapitel 12 Vers 1 oh Herr danke für dein Wort danke für dein Wort wir bleiben wir schauen nur auf Joshua wir sollten also Vers 1 Hebräer Kapitel 12 Vers 1 wir sollten dem entsprechen da wir von einer so großen Wolke an Zeugen umgeben sind auch jede Last und die geschickt die geschickt einwickende Sünde ablegen wir müssen diese geschickte einwickende Sünde ablegen und in der vor uns lieben oh liegende arena mit Ausdauern rennen es ist wie wir rennen es ist ein Kampf in dem wir die Augen liebe Geschwister Vers 2 in dem wir die Augen auf Joshua richten nur auf Joshua richten Halleluja unsere Augen auf Joshua richten den Urheber und Vollender des Glaubens er er allein keine Gemeinde keine Pastor keine Organisation keine Verein keine keine Ahnung keine Konfession oder kein Bischof nein nur auf Joshua Maschia schauen wir reden indem wir die Augen auf Joshua richten Halleluja Halleluja und die Sünde einfach beiseite legen ablegen Halleluja oh herr danke für dein wort danke Joshua Maschia danke Joshua Maschia deswegen sage ich liebe Geschwister wir müssen für wer wer für sein Geist seht der will ewiges Leben ernten aber wie indem wir unsere Augen auf Joshua Maschia richten indem wir in diese Arena rennen auf diesem Weg rennen ohne nach links oder nach rechts zu schauen nur wenn wir unsere Augen auf Joshua Maschia richten Halleluja Halleluja mein Bruder meine Schwester lebt nicht mehr wie die Welt lebt nicht mehr wie die Welt lebt nicht mehr wie die Welt leg deine Augen schaut auf Joshua Maschia unser Herr und unser Elohim o danke Joschua Maschia danke daß du uns also heute wieder ermutigt Joschua weiter mit dir zu gehen Halleluja o danke herr ich preise dein name Joschua Maschia danke